Hey Leute, Tag 7 unserer Hashtag Ostseetour. Wir sind gerade auf dem Weg von Greifsalp nach Stralsund und der gute Weg hört natürlich schon wieder auf. Ja, noch 29 Kilometer bis Stralsund ist also sozusagen unser letzter Halt, bevor wir dann nach Zendlin und nach Sassnitz fahren. Hoffentlich sehen wir das zum ersten Mal das Meer. Bei Greifsalp konnten wir es eben noch nicht sehen, wir waren 22 Kilometer entfernt, konnten es aber leider nicht sehen. Naja, seid gespannt. Geil, geiler Weg, geiler Weg. Einfach ein geiler Weg. Ja Leute, was cool ist nämlich, auf der Höhe, wo wir gerade sind, also kurz vor Stralsund, da lang sozusagen, ist schon die Insel Rügen und das ist so ein mega krass Gefühl. Wir sind jetzt fast 350 Kilometer mit dem Longboard gefahren, ne, hier und wir sind im Ziel so nah, das ist einfach ein mega geiles Gefühl. Echt unbeschreiblich. Und ja, ich freue mich schon so, wenn wir im Ziel sind morgen. Mega nice. Wir können zum ersten Mal Stralsund sehen, da hinten. Da hinten ist die Werft, äh die Schiffwerft von Stralsund. Da hinten, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ist schon die Rügenbrücke. Rügenbrücke. Leute, seht ihr da hinten das Wasser und da hinter das Land und das ist schon Rügen. Leute, wir haben es geschafft. Leute, wir haben die Groll-S-C-Tapel geschafft mit so viel. Wir sind zu stark. Pasta! Untertitelung des ZDF für funk, 2017